Oh ja, let me think about it. Now los! Wollen wir mal schauen, wie ihr so drauf seid. Okay, los geht's. Ja, mal schauen, ob alle Flughafen nicht seid, ne? Erstmal schön ruhig, ganz gemütlich, ne? Ja. Aufgepasst? Erfüllt den Wehen, erfüllt den Wehen. Dann wollen wir mal jetzt fast auf alle mal die Hände nach oben von euch. Wer traut sich die Hände ganz nach oben, okay? Macht euch bereit vorne, Stufe 1 beginnt, okay? Ja, herzlich willkommen in der Nightside, los geht's. Bisschen schneller jetzt, ready, los! Das, wir uns verraten jetzt, hier, machen wir mal ein bisschen Gas jetzt, los geht's. Ja, ganz flockig, ganz leicht. Ja, für alle, die noch nicht mitgeflogen sind, erst mal schön ruhig. Richtig, ja, genau du, genau du. Ja, sie war noch nicht ganz dabei. Traut sich das erste Mal, ja, würde ich sagen, ähm, schieben wir einen Adrenalinpegel mal ganz nach oben. Bisschen mehr jetzt, okay, und los geht's! Hey, hey, hey. Ready, baby, okay, los! So, wie schaut's noch aus bei euch? Alles noch gut? Alles noch schön? Ja, allgemeine Gesichtskontrolle? Sieht aber auch ganz gut aus, wirklich jetzt. Ja, noch keiner hat grünen Gesicht von euch. Alle noch da? Oh, ey. Hallo, 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 pass auf, hallo. Wollt ihr noch ein bisschen mehr? Ne, 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 er hier vorhin hat mitgemacht, okay, okay, pass auf. Wollt ihr noch ein bisschen mehr? So, so ist besser, so ist besser, okay. Stufe 2 beginnt. Ja, das Ganze machen wir jetzt woanders rum, okay? Wollen wir mal schauen, wie ihr so drauf seid? Wasserbrot, hallo, ruhig, 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 machen wir noch gar nichts. Bisschen Action jetzt. Machen wir mal ein paar Looping zum warm werden. Los geht's! Ready, baby, jetzt geht's! Ja, hier stellen wir Räder wie ein Rücken auf den Kopf. Alle, ja, durch den Kontrakten jetzt los. Das einzigste seiner Art, Schätzchen, hier. Die Looping-Pomber-Maschine. Ja, würde ich nichts für schwache Nerven, ehrlich, jetzt. Nur die Haken kommen gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, pass auf, nochmal schön tief Luft holen. Ja, ihr Männer auch, pass auf. Macht euch bereit. Ja, ihr hier vorne auch nochmal schön hinschauen, genau, genau. Schauzeug nochmal an, guck mal, so sehen sie vorher aus. Alles noch am Lächeln hier, alles noch, ja, nochmal schön winke, winke machen, genau. Grüßt noch alle Tanten und Verwandten. Die letzte Kurve jetzt, Achtung. Halt mich für, Schätzchen, Lopster! Drehen wir mal richtig auf jetzt, alles, dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Los geht's! Halt mich für, Schätzchen, Lopster! Woh! Die Lachs ist auf hier, Lachs! Mö, 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 mö. Aber wir wissen, dass ihr mögt jetzt sein, weil wir ein Lachser während. Ja, wir müssen die Lachser! Okay, okay, alles klar vorne, Mädels, Jungs, ihr habt's geschafft jetzt, da sind wir wieder.